Im Traum sah ich ein ödes Land, das ganz vom Feuer ward verbrannt, entsprungen einem großen Krieg, der nur dem Tode brachte sie, bis die Welt in finsterer Plage, die da wehrte viele Jahre. Bis aus Wolk genannten Kerst die Menschen kochen, die verbrannte Erde rochen, nach guter alter Zeit sich sehnten, wenn an der Zwischenkieferwand sie lehnten, voll Staunen die Geschichten hörten, sich an ihrer Ohnmacht stören. So schlossen sie sich bald zusammen, um zu trotzen allen Flammen, welche sie in ihrem Sein bedrohten, die Militemen sie wurden boten, dass es auferstehen kann, wenn die Menschen glauben dran. Und wenn das Land auch öd noch ist, der Dämon noch die Seelen frisst, der dem Krieg einst hat geschürt, jeden Hass herbeigeführt, so wächst er auch, der Hoffnung Keim, weil Nadja baut dem Mensch ein Heim.